Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu OBSCURITAS Und wir werden weiter durch den Wald laufen Ich hab ein bisschen Bammel Der Hund Hier haben wir irgendeinen Torbogen Der ist aber nicht hinter uns, oder? Wo knurrt der denn die ganze Zeit? Oh Mann ey, warum hab ich nicht mehr Batterien? Toll Da geht die Taschenlampe genau aus Ich bin grad ein bisschen angespannt Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Hier liegen Hier liegt noch Holz Holz Oh, hier ist ein Zaun Und hier ist ein Brunnen Können wir da irgendwas machen? Ne Können wir hier ins Haus? Komm schon Sarah Könnt's mal ausruhen da drin Oh, das Haus ist offen Okay, dann gehen wir da mal rein Der Hund kommt Können wir die Tür Zum Da läuft der Hund Oh, geh mal rein hier Sarah, wo bist du? Nicht, dass er jetzt hier reinkommt Kerze Kerze Äh, 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 die Licht Licht Da draußen ist der Hund Der lauert da auf uns Das ist genau das Haus wie aus Passing Pine View Forest Vielleicht, also Passing Pine View Forest War ja auch nur so ein Preview Vielleicht war das ja die Preview Für Obscuritas Was? Da liegt was? Kannst du da noch Leiden? Ne Jetzt könnt ihr da oben auch sehen Da sind nur die Streichhäuser Und die Batterien Die uns da angezeigt werden Okay, hier haben wir nicht mehr Hund kommt nicht rein Gucken wir mal hier oben Da liegen Batterien Ah Und da ist ein Schaukelpferd Oh Gott Endlich Licht Schaukelpferd Hase Schlüssel Warte, ich nehm den Schlüssel noch nicht Warum ist hier ein Kinderbett? Da, ich dachte da steht irgendwas drauf Okay, nimm den Schlüssel Sarah Wofür auch immer wir den brauchen Bisschen Batterien sparen Dann gehen wir jetzt wieder raus Ich hoffe wir können den Wolf Oder dem Hund Verjagen Mit dem Licht Da ist er Der ist durchsichtig Was ist denn? Alter Oh mein Gott Leute Wow Fuck Oh mein Gott Das war glaube ich laut für Oh Gott Wer rechnet denn mit sowas? Oh Da holt es mir glatt die Kopfhörer runter Oh wow Oh mein Herz Alter Sorry wenn es zu laut war oder? Aber ja Was soll ich machen? Da ist er Wie kriegen wir den denn weg? Okay 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 man kann hier also auch Game over Gehen Vielleicht sollten wir mal uns ein bisschen beeilen Komischerweise Komischerweise habe ich jetzt die Batterien Noch Für die Taschenlampe Was sollen wir denn machen gegen den Hund? Oh Kriegen wir neue Batterien? Alter Habe ich mich gerade erschrocken So ein Pisser Was machen wir gegen den? Sollen wir da einfach schnell rausrennen? Oder wegrennen? Oder was? Oh jetzt bin ich aber wach Da hinten ist er Komm wir verpissen uns Das ist hier schnell Sarah Lauf 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 Tor Aufmachen Scheiße Ist der immer noch da? Ja gut Ja super Sarah Mit Stein davor Ich hoffe der folgt uns jetzt Nicht mehr Steht hier auf den Grabsteinen Irgendwo was? Ne Jetzt sind wir auf dem Friedhof Ey Ist ja auch geil Immer auch Horrorspiele Friedhöfe Verlassene Häuser Oder Irrenanstalten Ist so das typische Okay dann gucken wir uns Hier mal die Dieses große Grab an Können wir hier irgendwas machen? Nein Von hinten auch nicht Oh der ist jetzt schon wieder da Wie ist denn der hier reingekommen? Ich weiß ja auch nicht was wir machen müssen Ist alles zu Lag da nicht irgendwie Irgendwie was rot Da ist irgendwas kerziges Oh verpiss dich Das ist schnell weg Was ist denn hier? Oh Nein Warum Sollten wir das ausmachen? Müssen wir das ausmachen? Ich mach's mal aus Ich bin dezent angespannt Oh Da raschelt's Da raschelt's Alles gut Sarah Alles gut Überall gibt's Wege Oh 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 Gott Oh Wie hat der denn uns erwischt jetzt? Oh ist das gemein Wie soll man den denn ausweichen? Beim zweiten Mal ist es zum Glück nicht mehr ganz so schlimm Oh der war heftig Alter Mann ey Fallen mir voll die Kopfhörer runter Okay komm wir müssen uns hier echt ein bisschen beeilen Da war ja nix großartig Dann lauf ich hier einfach gleich mal lang Da oben haben wir auch Kerze Brüste Da hinten leuchtet wieder irgendwas Hier bei diesen Dingern können wir nix machen Oh der Hund ich hör ihn Der sitzt sonst schon wieder irgendwie im Nacken Da ist er da ist er Nein Mann Du Pisser Scheiß Pisser Oh Gott der hat er Ich hab du esst Mann ey der Hund Ich will nicht den Hund Das ist der Hund Du Hund Okay Sarah komm lauf 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 Ich hör ihn schon wieder knurren Da ist er schon wieder Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Da läuft er Jetzt ist er da rein Komm Sarah lauf Oh ist das hier ein Labyrinth Oh hier geht's hoch Okay Ich würde mich hier auch voll gerne umgucken Kannste ja gar nicht Der Köter der da die ganze Zeit im Nacken sitzt Alter kommt ihr klar Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Hier das sieht anders aus Können wir da rein Ne Warum sieht das so anders aus Schatten Scheiß Schatten Alter Ich weiß jetzt nicht wonach ich suchen muss Aber kann es sein dass der Hund hier nicht mehr ist Da muss ich mich ja gar nicht so beeilen Schatten 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 Ich hatte das weg auch Batterien Immerhin Hier war sonst nix ne Was waren jetzt Hä Was ist denn jetzt passiert Ich will nicht mehr Und letzte Runde sage ich noch so, ne, ist gar nicht gruselig, ach ja, ich erschreck mich gar nicht. Und jetzt guck mich an hier, nur von hier, ey. Okay, selber, lauf, lauf, lauf. Was soll man denn gegen den machen? Was soll man denn gegen den machen? Oder müssen wir uns ruhig verhalten? Kann das sein, dass wir uns da ruhig verhalten müssen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey, jetzt habe ich mich aber richtig erschrocken ein paar Mal. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder zu Hopsguditas. Hier auf dem Friedhof mit unserem komischen Arschlochhund hier. Und Schatten der Vergangenheit oder was weiß ich auch immer, was das sein soll. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vorsicht, hinter dir. Was ist denn da? Was ist denn da hinter dir? Nein. Alles klar, bis dann. Ciao.